War großes Musical-Unterhaltung, sehr gut. Würden Sie wiederkommen? Ich muss wiederkommen. Ein fantastischer Abend mit einem grandiösen Essen und einer fantastischen Show. Geile Menschen, schöne Menschen, geil getanzt, geil performt und vor allen Dingen Stimmung gemacht. Was hat Ihnen heute am besten gefallen? Die tolle Show natürlich, super. Super Songs, super Dancing, alles perfekt. Ja, hat total gute Laune gemacht und es war ganz bunt und ganz interessant. Was hat Ihnen am besten gefallen? Letztendlich die Atmosphäre hier, die immer fröhlicher wurde und zum Schluss haben alle getanzt und es war ein super Abend. Die Show war super. Es war heute super, tolle Show, tolle Stimmung. Das Essen war super lecker, ja, war gut. Besonders gut gefallen haben mir einfach die Tänzer, die haben super getanzt.